Hallo Slotblog-Freunde, heute schauen wir uns mal an, was an Spezialwerkzeugen bei einem Slotracer in so einem Slotkoffer drinsteckt. Den Slotkoffer habe ich euch ja schon mal vorgestellt, habe meinen mal ausgeladen, habe euch gezeigt, was generell so drin ist. Das Video findet ihr hier. Heute schauen wir uns Werkzeuge an, die wirklich nur für unser Hobby Sinn machen, also richtige Spezialwerkzeuge. Und diese Spezialwerkzeuge zeige ich euch im Detail. Ihr findet alle im Slotblog-Shop, auch diesen Slotkoffer findet ihr dort als Bausatz. Mit jeder Bestellung könnt ihr den Slotblog-Kanal unterstützen. Und jetzt schauen wir uns das erste Werkzeug an. Das erste Werkzeug, das wir uns anschauen, stammt von der Firma ScaleAuto, Bestellnummer SC5079F. Und es ist eine Reibahle mit 3 mm Durchmesser. Für was brauche ich die? Dies kommt überall dort zum Einsatz, wo Gleitlager im Fahrzeug vorhanden sind. Hier als Beispiel von BRM mal ein Fahrwerk. Hier habe ich vorne ein Gleitlager und da kann ich dann mit meiner Reibahle rein. Ich zeige es jetzt nur vom Prinzip her. Ich müsste jetzt natürlich den Achsbock hier ausbauen, weil bei BRM ist es ja so, wir haben hier einen Sturz drauf und ich kann die Reibahle jetzt nicht von dem Lager bis hier rüber schieben. Deswegen muss man hier in dem Spezialfall diesen Achsbock ausbauen und kann dann die Reibahle komplett einführen. Bei anderen Fahrzeugen oder auch hier hinten wäre es so, da kann ich komplett durchschieben. Da habe ich auch die Stahlachse. Allerdings habe ich jetzt bei meinem Modell hier hinten Kugellager. Da muss ich natürlich nicht mit einer Reibahle arbeiten. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum sollte ich das überhaupt machen? Mit dieser Reibahle mache ich zwei Sachen. Einmal, wenn mein Gleitlager einen Grat hat, dann wird er entfernt. Und zum anderen mache ich einfach nochmal das Gleitlager innen schön rund und sorge dann für mehr Leichtgängigkeit der Achse. Ein ganz wichtiges Werkzeug für uns Lotracer ist die sogenannte Ausrichtplatte. Das ist eine Platte, die hier vorne einen Schlitz hat für den Leitkiel. Und auf der anderen Seite habe ich hier vier Füße. Das heißt, die Platte ist etwas vom Tisch nach oben. So kann ich dann mein Auto oder hier in meinem Fall das Fahrwerk aufsetzen, Leichthilfe senken und kann jetzt meine vier Räder sehen und kann da beurteilen, stehen die alle so, wie ich es haben will? Berühren alle vier Räder die Platte? Und das andere, was man mit so einer Platte hier kontrolliert, ist die Bodenfreiheit. Weiter geht es mit einer Lehre für das Spiel auf der Vorder- und Hinterachse. Diese Lehren, die sind hier von der Firma Slotting Plus, das ist ein spanischer Anbieter, Bestellnummer SP143260. Natürlich auch im Slotblockshop zu finden. Und in diesen Plastikröhrchen hier sind drei Blättchen und wir sehen, wir haben drei verschiedene Stärken. 0,1 mm, 0,15 mm und 0,2 mm. Wir sehen dann hier u-förmig Aussparungen. Das ist einmal für eine 3 mm dicke Achse und für 2,38 mm Achsen. Somit kann man dieses Werkzeug für 1 zu 24 und 1 zu 32 gleichermaßen verwenden. Machen wir ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, wir möchten 0,2 mm Spiel auf der Hinterachse haben. Ich habe dazu schon mal hier am Rad den Gewindestift gelockert, ziehe dann mein Rad etwas nach außen und nehme mein Plättchen, setze es hier rein zwischen der Distanz und meiner Felge. Man kann es auch an anderen Stellen natürlich reinschieben, wie jetzt hier zwischen Achsbock und Distanz. Das spielt keine Rolle. Dann drücke ich einfach meine Räder zusammen und schraube diesen Gewindestift wieder fest und am Schluss ziehe ich mein Blättchen raus und habe dann ein Spiel von 0,2 auf der Hinterachse. Das ist natürlich schön, weil damit das Spiel reproduzierbar ist. Das nächste Werkzeug stammt aus dem Hause slotblock.de. Das ist ein kombiniertes Werkzeug. Einmal habe ich hier einen Ritzelabzieher und auf der anderen Seite einen Ritzelaufpresser. Für was brauche ich dieses Werkzeug? Das brauche ich immer dann, wenn ich an einem Motor das Ritzel tauschen möchte. Ich habe hier als Beispiel einfach mal einen Carrera Digital 124 Motor mit dem Originalritzel drauf. Das möchte ich jetzt austauschen, weil ich mit dem Getriebe experimentieren möchte und dazu muss es jetzt erstmal runter. Ich nehme dann den Motor, setze den hier vorne rein und kann dann mit dieser Auspressspindel die Motorwelle aus dem Ritzel rausdrücken. Man muss hier schauen, dass man das Ritzel schön platziert, dass hier der Dorn genau auf die Motorwelle trifft und dann drehe ich hier rein. Die Carrera Ritzel, die hängen oft sehr stramm auf der Welle, aber mit dem Werkzeug bekommt man das auch runter. Ich drehe einfach so lang, bis ich merke, dass ich den Motor in der Hand habe. Der Ritzel ist entfernt und ich kann dann hier aufdrehen, bis das Zahnrad rausfällt und ich habe es schon mal abgebaut. Jetzt soll das neue Ritzel auf die Motorwelle aufgepresst werden. Dazu erstmal das Aufpresswerkzeug schön aufdrehen. Am Motor schaut hinten die Welle raus und diese Welle, die platziere ich hier in dieses Loch bei der Aufpressspindel. Das hat den Vorteil, dass hier nicht gepresst wird über das Motorengehäuse, sondern das Werkzeug drückt die Welle einfach direkt durch. Somit kann keine Bestätigung im Motor entstehen. Ich nehme dann mein kleines Ritzel, setze es hier drauf, richte das Ganze aus und drehe von oben die Spindel nach, bis ich wieder leichten Kontakt habe. In dem Moment, wo ich leichten Kontakt habe, lasse ich es los und richte es einfach nochmal ordentlich aus, dass die Motorwelle hier unten durch das Loch durch kann. Aber in der Regel, hier wird es auch so sein, möchte ich das genau bündig haben. Also Ritzel soll bündig sein mit dem Ende der Motorwelle. Ausrichten und dann einfach aufpressen. So, und jetzt mache ich mal einen Zwischenschritt auf und schaue einfach, wie weit bin ich hier vorne. Wir sind noch nicht bündig, also ich schiebe noch ein Stück weiter. So, Endkontrolle, wir schauen nochmal, in meinem Fall ist es bündig. Das muss nicht immer so sein, kann natürlich andere Situationen geben, wo man ein bisschen raus oder rein muss. Je nach Slotcar, aber ist alles mit dem Werkzeug dann zu bewerkstelligen. Als nächstes schauen wir uns diesen Stift an, von der Firma Läufer 1021, die Bestellnummer. Es ist kein Stift, es ist ein sogenannter Glasfaserradierer. Wenn man hier hinten dreht, kommen vorne Glasfasern raus. Und mit diesem Radierer kann man wunderbar die Schleifer reinigen, wenn die verdreckt sind, nach einem Rennen, nach einem längeren Training. Und ich bekomme hier wieder richtig schöne, blanke Schleifer hin, ohne Verdreckung. Und dann habe ich natürlich wieder besseren Kontakt. Wenn man hier radiert hat, muss man im Nachgang natürlich die Schleifer wieder schön ausrichten. Aber das ist dann Baustelle Nummer 2. Jetzt kommen wir zum Riesenthema Reifen und Reifenschleifen. Da habe ich auch schon einige Videos drüber, jetzt schauen wir uns aber nur mal die Werkzeuge an. Hauptwerkzeug zum Schleifen ist natürlich erstmal eine Reifenschleifmaschine. Damit kann man mit Bordmitteln schon einiges machen, aber wir sind heute beim Thema Spezialwerkzeuge. Das eine ist hier die Konusverstellung. Das ist praktisch ein Tuningteil für die Hoodie-Schleifmaschine. Ich habe hier schon mal eine Konusverstellung verbaut und man sieht jetzt, dass man mit dieser Konusverstellung die Achse hier einstellen kann im Winkel. Ich kann positiven und negativen Sturz dann hier einstellen und dann fahre ich mit meiner Achse an die Schleifwalze heran. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Dazu habe ich hier mal ein Rad, Alufelge und Frankenslot Reifen drauf. Kommt auf die Schleifmaschine, muss hier den Gewindestift festsetzen. Und hier ist bei mir schon minimal negativer Sturz eingestellt. Wenn ich jetzt dann an die Schleifwalze hier ranfahre mit meinem Reifen, dann wird der Reifen leicht schräg abgeschliffen. In dem Fall in diesem Winkel hier, also negativer Sturz, um den dann auf der Hinterachse zu fahren. Natürlich kann ich auch ohne Konus fahren, muss dann eben Plan einstellen oder für die Vorderräder kann ich auch komplett umstellen. Könnt natürlich auch die Vorderräder dann einfach nur umdrehen. Hätte dann auch hier positiven Sturz, ohne dass ich hier was verstellen muss. Schauen wir uns das Werkzeug jetzt mal im Detail an. Hier unten wird eine Achse durchgeschoben, die dann die Konusverstellung mit der Maschine verbindet. Hier habe ich die Schraube, die den Vortrieb dann einstellt. Hier habe ich eine Begrenzungsschraube für den Anschlag. Die Achse, die hier durchgeht, 3 mm Slotkar-Achse, kann hier durch auf beiden Seiten Kugel gelagert. Das Teil ist komplett gefräst. Und hier oben mit diesen beiden Schrauben kann ich einmal den Konus einstellen, den Winkel und mit dieser Schraube dann fixieren, sodass dieser eingestellte Winkel nicht mehr veränderbar ist. Und als letztes schauen wir uns diese Schleifwalze an. Das ist auch ein Tuning-Teil für die Hoodie-Schleifmaschine. Wo muss diese Walze hin? Die muss hier unten rein. Auch hier seht ihr bei meiner die verbaute Walze. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass ich die Schleifrolle hier einfach austauschen kann. Die wird einfach draufgeschoben und hält dann auch. Die sitzt ziemlich stramm auf der Alu-Schleifwalze. Was ist da jetzt der Vorteil? Dass es einfach kostengünstiger ist. Im Lieferumfang ist eine Schleifwalze dabei von der Firma Hoodie. Da ist das Schleifmaterial praktisch direkt auf dem Körper der Walze drauf. Wenn das mal abgenutzt ist, dann muss man die ganze Schleifwalze tauschen. Das ist natürlich wesentlich teurer als diese Lösung. Wir haben jetzt unseren Reifen geschliffen. Rundlauf ist hergestellt und Konus ist draufgeschliffen. Jetzt kommt das nächste große Geheimnis, nämlich die Reifenflanken. Vor allem an der Außenkante. Hier ist der Radius wichtig, um das Fahrverhalten zu beeinflussen. Wenn ich jetzt hier gedacht 90 Grad habe, dann würde das Auto in der Kurve eher stempeln. Wenn ich hier einen richtig großen Radius aufschleife, dann neigt das Auto mehr zum Kippen. Jetzt ist es so, man kann das Ganze mit der Hand schleifen, aber es ist nicht reproduzierbar. Ich brauche ja mindestens zwei links und rechts. Dann wäre es auch schön, wenn ich dann über die Saison, wenn der Reifen mal abgefahren ist und ich mache mir neue Reifen, auch wieder die gleiche Reifenkante hier hinbekomme. Und jetzt kommt hier das Werkzeug ins Spiel. Das Werkzeugset zur Bearbeitung der Reifenflanken. In dem Set sind hier fünf Werkzeuge drin, die hier an der Seite verschiedenen Radius haben. Ein Millimeter, 1,5, 2, 2,5 und 3. Und mit diesem Werkzeug bekomme ich es hin, die Reifenflanke reproduzierbar zu brechen bzw. rund zu schleifen. Ich nehme jetzt hier mal Radius 3 und mit Maschine müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass sie dreht. Und ich gehe dann an den drehenden Reifen hier ran und hier oben wird dann der Reifen in diesem Radius an der Kante geschnitten, abgerieben. Und somit bekomme ich es hin, einen reproduzierbaren Radius hier an die Außenflanke zu schleifen. Gleiche kann ich natürlich auch innen machen, aber am wichtigsten ist die Außenflanke. Die Werkzeuge sind alle im Slotkoffer verstaut. Es kann an die Rennstrecke rangehen. Wir tunen und basteln da natürlich weiter. Videos kommen wie gewohnt auf dem Slotblog YouTube-Kanal. Wie gesagt, alle Werkzeuge, die ich euch gezeigt habe, gibt es auf slotblog.de. Und wenn euch interessiert, was ich sonst im Slotkoffer habe, schaut einfach in dieses Video rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss!